Tja, dann sehen wir die Nummer 2 der Welt mit einer Fuchsstute namens Empress EHZ. Das E, das solltet darauf hin, dass Emerald der Vater ist. Auch vom Exterieur her deutlich geprägt, denke ich. Die Mutter ist Delia Z, vom Darko Maletote Semiye, die selbst auch unter Harry Small das international in Youngster Touren sehr erfolgreich war. Und Emerald selbst werden wir an diesem Wochenende auch noch sehen. Er hat ihn gestern im Rahmenspringen geritten, ganz entspannte Runde. Tja, es gibt jetzt auch wirklich immer mehr Emerald-Nachkommen, die so ein bisschen auch in die Fußstapfen des Vaters treten. Und Emerald selbst war ja im vergangenen Jahr noch siegreich im Fünf-Sterne-Grand-Prix von Chantilly in Frankreich. Und das ist einfach eine super Runde hier gewesen. 65,75 Sekunden. Macht Werbung für den Papa hier. Und hier oben sind wir sicher, dass wir diese Studie zu tun haben, öfter empfehlen wir. Und press auf, 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 auf. Der Ende der Link, now, Takturit ist 65,75. Bei Magistronis. Der Stand ist quasi über die Tadenzer, der 10-Jähriger Hengst. Der kommt von 233. Und dann weiß ich nicht mehr.